Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen kleinen Infovideo von mir. Heute drei wichtige Themen und das erste Thema ist das Abo-Special. Ja, ich weiß, ich nerve jetzt zum dritten Mal, aber bitte schreibt doch unten in die Kommentare, ob ihr mitmachen wollt und ob euch das Datum der 4.1. oder der 5.1. lieber wäre. Schreibt es mir unten in die Kommentare und dann ist das erledigt. Dann werde ich euch, wenn ihr zustimmt, über Skype, nicht über Skype, über YouTube, meinen Skype-Namen senden, damit ihr mich adden könnt, dann klappt das schon bei dem Abo-Special. So, wisst ihr was? Ich habe schon vorher versucht aufzunehmen, aber ich, Idiot, habe mein zweites Thema vergessen. Jetzt ist mir eingefallen, wofür ich eigentlich das Video machen wollte. Was ist heute? Heute ist der 31.12. Was feiern wir heute? Das neue Jahr. Was will ich euch wünschen? Einen guten Rutsch. Also, einen schönen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch. Hoffe, ihr habt euch viel vorgenommen für das nächste Jahr. Ich mir auch. Erstens mal den Kanal größer zu machen und zweitens mal in der Schule wieder besser zu werden. Obwohl, ich war gar nicht schlecht im ersten Halbjahr, aber ich will noch besser werden. Das war geil. Das wäre geil. Und mein drittes Anliegen für euch. Wow, ich schaffe das Video unter zwei Minuten, aber ich ziehe es noch ein bisschen in die Länge, weil ich es einfach drauf habe und weil ich nicht so ein kurzes Video für euch haben will. Das wäre ja grauenhaft. Das dritte wäre, ich habe mit zwei Freunden einen Zweitkanal eröffnet. Und zwar die drei, also der Name heißt Drei Musketiere LP. Ich werde euch unten in die Beschreibung den Link reinpacken. Ihr könnt ja mal vorbeischauen. Bisher ist nur ein Video und das ist von mir oben. Dort erfahrt ihr noch mehr Informationen. Was ich aber jetzt schon sagen kann ist, das ist nur ein Nebenkanal und da kommen nur ganz wenige Videos von mir. Aber falls ihr mal meine zwei Freunde, die dort auch mitmachen, sehen wollt bei den Let's Plays, schaut in den nächsten Wochen mal vorbei, denn dann werden dort bestimmt die ersten paar Folgen erscheinen. Gut, das war es mit diesem Infovideo. Vergesst nicht unten in die Kommentare zu schreiben, wann das Abo-Special stattfinden sollt und ob ihr mitmachen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch wirklich ein schönes neues Jahr, einen guten Rutsch und feiert schön. Tschüss!